Hallo und willkommen bei der Football Bulls Euro-Meisterschaft 2016 in Frankreich. Heute mit dem ersten Gruppenspiel der Gruppe F, die letzte Gruppe bei der Euro-Meisterschaft. Sprich, noch zwei Gruppenspiele, dann ist die erste Runde vorbei. Und heute Österreich gegen Ungarn. Ungarn in weiß, die Österreicher in rot. Die Ungarn werden ja von Jens Stork, dem deutschen Trainer, trainiert. Die Österreicher von Marcel Koller, einem Schweizer. Und heute, wie gesagt, das erste Spiel in der Gruppe F. In der Gruppe F haben wir dann Österreich, Ungarn und Portugal und die geheimen Favoriten Island in einer Gruppe vertreten. Jetzt erstmal die österreichischen Nationalmüse, da haben wir gerade gesehen Anatovic, Harnik, Alaba, Baumgartlinger, Prödel. Ja, die Österreicher, ja auch sowas wie ein ganz kleiner Geheimfavorit mit dem Kapitän Fuchs. Überraschend Meister in Lakers der City geworden. Ihr führt die Österreicher bei der Euro-Meisterschaft an. Die Ungarn, ja, werden ja, wie gesagt, von Bernd Stork trainiert. Mit Gabor Kira, immer noch im Tor. Aber jetzt erstmal die Aufstellung der Österreicher. Die Österreicher mit Alma im Tor. In einem 4-2-3-1. Vorne drin Janko. Hier, wie gesagt, die Ungarn. Ungarn mit dem Routine im Tor. Gabor Kira und einigen anderen nicht unbedingt so bekannten Spielern. Viele sind auch in der eigenen Liga in Ungarn unter Vertrag. Aber jetzt geht's los. Das letzte Spiel. Das erste Spiel, der Österreicher. Ich übereinander war direkt mal. Und jetzt die Ungarn am Ball. Da haben wir der schnelle Ballverlust schon wieder. Jetzt über die linke Seite mit Christian Fuchs. Schöne Reingabe hier auf Jnuzovic. Der wollte ja zur Fünfbahn sitzen, aber wurde getrennt. Und die Ungarn jetzt mal im Mittelfeld über Elik. Auch ein Spieler aus der ungarischen Liga, der jetzt wieder am Ball kommt über die rechte Seite. Kann den Ball aber nicht durchbringen. Da ist Alaba zuvor. Tja, Alaba auch Dubelsieger geworden in Deutschland mit Bayern München. Der jetzt hier am Ball. Keiner greift ihn an, aber dann verliert er auch sehr schnell mit dem Ball an Elik. Der auf Kalmar. Viola. Der Rechtsverteidiger heute. Der bei der Puskas Akademie FC in der ersten Liga von Ungarn spielt. Aber die sind dieses Jahr abgestiegen. Jetzt Janko, der kann an den Ball kommen. Aber verliert ihn auch schnell wieder an Kalmar. Der auf Zalai. Adam Zalai kann den Ball dann nicht zurück zu Kalmar bringen. Sonst wäre das sicherlich eine gute Chance gewesen. Ja, Adam Zalai ja auch abgestiegen mit Hannover 96. Jetzt die Ungarn, eine schöne Reingabe. Kommt der zu Lai? Ja, der hat die Drehung. Hat den Ball? Hat ihn immer noch? Nein. Dann hat er ihn wieder. Immer noch im Strafraum. Der Schutz. Aber abgefälscht. Das gibt da der Ecke. Da der super Pass von Zalai. Und dann der direkte Schuss. Wird aber abgefälscht von einem Österreicher. Jetzt die Ecke. Schöne Reingabe. Aber so wie das nächste. Die Almeida. Jetzt die Österreicher. Da kann Harnik nicht an den Ball kommen. Ja, Harnik. Auch bei Stuttgart unterwegs. Hat aber schon angedeutet, dass er für einen Wechsel bereit wäre. Die Hereingabe hier. Direkter Kopfball. Aber der ging ein ganz Stück am Ball vorbei. Jetzt Zalai noch mal wieder eine Nachschusschance. Wieder Ecke für Ungarn. Schöne Reingabe hier. Geht da hoch zum Kopfball. Aber da war wieder ein Österreicher. Der verprödel dann. Mit dem etwas verglückten Abwehr. Mit dem verglückten Abwehrversuch. Und dann macht das wieder gut. Seine Fehler. Die nächste Ecke. Die dritte schon heute. Schöne Reingabe auf Elek. Der wollte ja direkt abschließen. Da war in Österreich aber zuvor. Die Ungarn machen das sehr gut hier. Oberst war das da. Ein Zusammenstoß. Jetzt der lange Ball auf Janko. Der über die linke Flügelseite. Kann sich da in den Strafraum rein spielen. Schießt mal. Aber kein Überhöhung für Gabel Kiray. Jetzt ist der lange Ball auf der Almeida. Früh Österreicher. Es ist die erste Teilnahme seit 2008. Als sie der Gastgeber war mit der Schweiz. 2012 konnten sie sich nicht qualifizieren. Jetzt aber wieder Ungarn über die Almeida. Der auf der linken Seite ein klasse Spiel macht bislang. Aber konnte da von Harnik am Ball getrennt werden. Und vom Ball getrennt werden. Für die Österreicher war das Jahr 2008 sowieso generell die erste Teilnahme an einer Obermeisterschaft. Und jetzt 2016 die zweite. Und jetzt eine schöne Reingabe auf Arnautovic. Aber wunderbar. Gabel Kiray, der kann sich aber fast den Ball wiederholen an Arnautovic. Aber jetzt geht es auch wieder in die andere Richtung. Über Gera. Der den Ball zur Zahlheit bringt. Er kann den Ball verteidigen. Schöne Reingabe. Aber geklärt. Für Ungarn ist es die dritte Teilnahme nach 64, 72. Und jetzt dieses Jahr zum dritten Mal dabei. Ja, die Österreicher und Ungarn haben ja auch eine gemeinsame Historie. Aber ob das heute eine große Rolle spielt, ich denke eher weniger. Auch nicht unbedingt für die Fans. Und jetzt Arnautovic, der Mann von Stoke City, kann den Ball da nicht weiterleiten. Wird wieder vom Ball getrennt. Die Ungarn jetzt wieder über Ile. Der Mann, der viel im Aufbau beteiligt ist über Ungarn. Aber Arnava kann da den Ball holen. Und dann haben wir auch schon die erste Halbzeit gespielt. Hier steht es 0 zu 0. Die Ungarn gegen die Österreicher in Bordeaux. Zur ersten Halbzeit. Wie mal ein Blick auf die Statistik. Die uns sagt, dass die Ungarn mehr Ballbesitz haben. Und auch spielbestimmend sind. Wir sehen uns. Und zurück zur zweiten Hälfte. Hier in Bordeaux. Die Österreicher mit einem Wechsel. Hinterseher. Der Mann von Ingolstadt. Kommt für Mark Janko. Der sehr unauffällig war in der ersten Halbzeit. Deswegen hier mal der Wechsel. Und die Ungarn direkt mit dem ersten Schuss. Und Alma kann da seine rechte Hand noch an den Ball bringen. Bei diesem schönen Ball hier von Nummer 9. Ja, wunderbar geil von Alma. Die erste Chance. Direkt von Arnav Salai. Das fängt ja super an. Die zweite Hälfte. Wieder die Ungarn. Das ist schon die vierte Ecke im Spiel. Vielleicht kann es ja jetzt mal was werden. Schöne Reingabe. Aber der geht direkt ins Aus. Das gibt die nächste Ecke für Ungarn. Wieder eine schöne Reingabe. Aber die Österreicher ist auch sehr, sehr groß. Gerade in der Verteidigung. Kopfballstark. Da ist es schwer mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen. Was die Ungarn hier jetzt schon ein paar Mal versucht haben. Schöner Doppelpass. Die Almeida. Da fehlt mir auch der sehr gute Mann. Über die linke Seite. Dribbelt er vorbei. Jetzt mal die Hereingabe auf Elek. Der mit der Drehung. Die Drehung schulft ein Tor. Tor für Ungarn. In der. Vor der 60. Minute noch das 1 zu 0 durch Elek. Aus der Drehung da der Schuss. Die Ungarn. Ganz glatt spielbestimmt bislang. Und deswegen auch das verdiente 1 zu 0. Durch Elek. Akos Elek. Akos Elek. Der Mann, der auch in der ungarischen Liga spielt. Hier sehen wir es nochmal. Wunderbar da durchgetankt. Und jetzt nimmt er den Ball an. Macht das perfekt in die Edmüller-Manier. Aus der Drehung. Der Schuss. Da Adensaler. Der dreht sich auch noch perfekt im passenden Moment weg. Sonst wird er da vielleicht auch noch getroffen. Aber so nicht. Ja, wunderbar gemacht. Technisch 1 A. Und dann. Keine Chance für Almar. Da kommt er nicht mehr ran. Robert Almar. Von FK. Austria-Wien. Die Nummer 1. Im österreichischen Tor. Braun-Wattwinger. Ja, gerade gewechselt. Zu Leverkusen. Für 4 Millionen Euro. Ja, die Österreicher ist ja ein bisschen schwach. Da hat auch. Der Wechsel noch gar nichts gebracht. Vor einem Sturm. Sowieso. Gar nicht vertreten. Und jetzt Kalmar wieder. Wieder ein Schuss. 2 zu 0. 2 zu 0 für Ungarn. Kalmar war das mit einem Flachschuss in die rechte Ecke. In die rechte Ecke des Tores. Keine Chance für die österreichische Nationalmannschaft. Wunderschöner Pass hier von Almar Scholler. Und dann macht das Kalmar einfach wunderbar. Läuft sich da frei. Kriegt den Ball wieder. Die Nummer 13. Und dann ein satter Schuss ins Tor. 2 zu 0 für Ungarn. Ja. Die Ungarn, die auch kurz vor der Europameisterschaft noch ein Fronterspiel gegen Deutschland bestritten haben, führen jetzt hier 2 zu 0 gegen Österreich. Ich hatte die Österreicher eigentlich stärker eingeschätzt. Aber bislang konnten sie noch gar nichts abrufen ihrer Möglichkeiten. Bislang sicherlich nicht wütig geworden. Und schon wieder die Ungarn im Angriff mit Adam Salai. Der den Ball da verteidigen kann gegen Alaba. Schöner Pass jetzt auf Nimmet. Aber Christian Fuchs, der Kapitän, mit einem Fehlpass. Einen folgenschweren vielleicht. Elek jetzt. Wieder auf Salai, der aus der Drehung. Aber der letzte Pass kommt nicht an. Da war noch Krödel zuvor. Und konnte diesen Ball abblocken. Aber die Ungarn schon wieder im Angriff. Die gefallen mir echt sehr, sehr gut. Nehmt jetzt mal auf der rechten Seite hier. Wieder getrennt von Christian Fuchs. Und die Österreicher versuchen die ganze Zeit mit langen Bällen auf Hinterseer irgendwas zu schaffen. Aber das wird konsequent von den Ungarn unterbunden. Jetzt wieder ein langer Ball von Baumgartlinger. Aber den Ball konnte Hinterseer auch noch etwas Schwarz bringen. Aber der Ball einfach zu lang. Und so gibt es hier einen Wurf für Ungarn. Die hier mit 2 zu 0 in Bordeaux führen. Schöner Ball. Direkt wieder in die Spitze. Aber jetzt mal Krödel zuvor. Krödel, der ja auch schon in der Bundesliga aktiv war, war Werder Bremen. Momentan spielt er bei FC Redford in England. Jetzt haben wir Hinterseer, der Mann von Ingolstadt. Schöner Pass auf auch einen Autowitsch. Gaber Kiray. Kann diesen Ball locker aufnehmen. Und wirft jetzt schnell. Macht das Spiel schnell. Über die rechte Seite. Jetzt Kalmar am Ball. Adam Salai. Kann den Ball der Verteidigen geben. Krödel. Immer noch am Ball. Immer noch am Ball. Lange Hereingabe. Lange Hereingabe. Ein Stück zu weit. Kommt er da noch am Ball? Nein. Das gibt Abstoß. Und der erste Wechsel bei Ungarn. Die Österreicher jetzt mit einem langen Abstoß. Die aber nichts geht. Nichts geht. Die Ungarn machen das jetzt gut. Behalten deinen Ball. Immer diese schnellen Pässe. Und dann der schöne Aufbau hier in der Mitte. Wieder Adam Salai. Hier fährt mir gut. Schöner Pass jetzt hier von Illek. Direkt der Schuss. Aber gehalten. Ja, die Österreicher müssen jetzt langsam was machen. Wenn sie hier überhaupt noch irgendwie eine Chance haben wollen. Um den Unterschied zu erreichen. Langer Ball auf Alaba. Aber geblockt vom Ungarn. Adam Salai sehr auffällig. Verteilt er immer wieder schön die Bälle. Vorhin im Sturm. Jetzt wo die linke Seite. Da ist er direkt am Ball. Adam Salai. Aber kann diesen Ball nicht kriegen. Kalmar wieder auf Gera. Dragovic dazwischen. Geblockt hier. Dieser lange Ball von Alaba. Aber Jugodluvic kann den Ball mitnehmen. Fuchs. Fuchs. Ah, da wird er gefoult. Ja, der kriegt Vorteil. Nein. Kein Vorteil. Ja. Ganz klares Foul. Da trifft er nur den Fuß von Fuchs. Und die Ungarn mit dem zweiten Wechsel. Salai geht raus. Priskin kommt. Schöne Reingabe. Direktabnahme. Und wieder Ungarn über Kalmar. Hier weiter zu Gera. Doppelpass jetzt hier. Kann sich durchsetzen. Aber der Ball kommt nicht an. Jetzt nochmal. Drei Minuten Nachspielzeit. Ich denke. Hier wird nicht mehr viel passieren. Hinter sich ja nochmal mit der Hacke. Aber auch hier wieder direkt von Eleg. Der ein wunderbares Spiel macht. Kann da an Otto Walsch den Ball abnehmen. Lange Reingabe auf. Priskin kriegt er den noch. Nein. Etwas zu lang. Und das war auch die letzte Aktion. Hier im Spiel. Die Ungarn. Ja. Da liegen sie sich in den Arm. 2 zu 0 gegen Österreich. Da konnte auch Ranautowitsch absolut nichts machen. Die Österreicher absolut unterlegen. Verlieren hier ganz verdient. 2 zu 0. Wie immer bleiben sie den Fußball treu. Wir sehen uns.